Das Reichsparteitagsgelände, welches vom nationalsozialistischen Regime von 1933 bis 1938 für die Reichsparteitage der NSDAP genutzt wurde, weist bis heute monumentale Gebäude und Baureste auf, welchen Größenwahn der Nationalsozialisten verdeutlicht. Das Gelände sollte aus folgenden Gebäuden und Anlagen bestehen. Die Louis-Polt-Arena, die Louis-Polt-Halle, die Kongresshalle, das Haus der Kultur, die Große Straße, das Deutsche Stadion, das Märzfeld, das städtische Stadion, welches auch als Stadion der Hitlerjugend genutzt wurde, das Zeppelin-Feld mit der Zeppelin-Feldhaupttribüne, KDF-Stadt, der Arbeiterwohnkomplex, Lagerbereiche, eine Trafostation, Bahnhöfe und eine SS-Kaserne. Jedoch wurde nur der Bau des Zeppelin-Feld und der Zeppelin-Feldtribüne abgeschlossen. Der Bau der weiteren Gebäude wurde nie beendet, beziehungsweise wurde nie mit deren Bau begonnen. Die unvollendete Kongresshalle ist nicht nur der größte Monumentalbau auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, sondern auch das größte erhaltene Relikt der Herrschaftsarchitektur des Dritten Reiches. Als antikes Vorbild diente das Kolosseum in Rom. Nach Kriegsende diente der Bau als Lager für Unternehmen und Einrichtungen. Im November 2001 wurde das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in der Kongresshalle eröffnet. Dieses versteht sich als zentraler Ort zur Vermittlung der Anschauungen des NS-Regimes. Das Zeppelin-Feld und die Zeppelin-Hauptfeldtribüne dienten Hitler für Masseninszenierungen. Dabei wurden zum Beispiel rund um das Gelände Flaggscheinwerfer aufgestellt, welche den Zuschauern das Gefühl vermittelte, in einer Kugel aus Licht zu stehen. Das deutsche Stadion sollte Platz für 405.000 Zuschauer bieten. Im Vergleich bietet das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg Platz für 50.000 Zuschauer. Die ausgehobene Baugrube ist mit Grundwasser vollgelaufen und wird heute als Silbersee bezeichnet. Aufgrund von Ablagerungen von Schutt, Hausmüll und Industrieabfällen direkt neben dem See ist dieser mit Schwefelwasserstoff vergiftet.